Ja Leute, wenn mein letztes Video bei YouTube 7 Likes bekommt innerhalb von 24 Stunden, das schafft ihr nicht. Ja, wie gesagt, wenn ihr innerhalb von 24 Stunden 7 Likes auf mein letztes Video schafft, dann färbe ich meine Haare ein bisschen rot für eine kurze Zeit. Also hier sofort nur rot für eine kurze Zeit, Leute. Bei 7 Likes in 24 Stunden, Leute, werde ich das schaffen. Ich glaube nicht. Hoffen mit sich nicht, weil ich will jetzt nicht, dass meine Haare rot gefärbt werden. Na ja, wir gucken mal. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ja Leute, unser Video hat wirklich innerhalb von 24 Stunden 7 Likes geschafft. Das ist schon krass. Ja, natürlich, meine Haare sind schon seit Jahren braun. Und dass ich mir jetzt rot färben soll, mache ich natürlich nicht nur für Likes, Ich kann ja selber entscheiden, wie meine Haarfarbe sein soll. Leute, es tut mir leid, aber ich lasse meine Haare süß braun. Ja, wir haben 27 Likes geschafft, aber trotzdem. Ich lasse meine Haare trotzdem braun, Leute. Hoffentlich sei es nicht so traurig. Vielleicht haben von euch ein paar Leute gedacht, dass ich mir jetzt wirklich die Haare rot färbe. Aber Leute, leider nicht. Hoffentlich ist es leider nicht traurig. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.